Unterwegs in den Wallister Alpen, Blick auf die Matterhorn Ostwand. Eben fahren vier Extremski-Fahrer die Wand runter. Hier in dem Bereich sieht man zwei im untersten Drittel in der Ostwand vom Matterhorn. Bravo und Gratulation! Die werden wir gleich auf der Hörnle-Hütte antreffen. Wir werden dieses kleine Kulvar abfahren. Besten Dank und allen gute Touren!